Hallo und herzlich willkommen zur Objektbesichtigung mit Immobilien Ulf Zaspel. Wir besichtigen heute ein kleines Studentenwohnheim in der allerbesten Wohnlage von Nordhausen. Hier wohnt man nicht, hier residiert man. Die Gegend ist geprägt von offener Bebauung und sehr vielen Grün. In dem Wohnheim sind insgesamt nur elf Einheiten. Weiterhin ein Fitness- und Trockenraum, sehr wichtig ein Partyraum und einige Stellplätze. Rundherum viel Grün. Folgen Sie mir jetzt zur Innenbesichtigung. Der Partyraum ist ausreichend dimensioniert, um auch größere Partyraum zu schaffen. Hier kann man sich vom anstrengenden Studium erholen und seine Mitbewohner mit lauter Musik erfreuen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank und bis bald.